Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, was wir uns im Patch 10.1.5 erspielen können und zwar ist das diese Uhr hier, Taschenuhr des Investigators und dafür müssen wir erstmal ein bisschen was freispielen und zwar haben wir hier oben ein paar Quests, die hier in Waldracken starten. Dann gibt es eine neue Quest, die man mit dem Patch quasi absolvieren kann. Ist nicht sonderlich lang, das solltet ihr als erstes gemacht haben, die Quest hier oben, sonst könnt ihr dementsprechend die weiteren Schritte nicht machen. Gut, also ihr habt jetzt die Quest erledigt, dann steigen wir ein und zwar wir müssen einmal hier in das Gasthaus rein und das Gasthaus befindet sich auf den Koordinaten 52.81 und ja, da laufen wir jetzt einmal nach oben und zwar steht oben ein NPC, wenn ihr wie gesagt diese Questreihe gemacht habt. Mit ihr quatschen wir, das ist die Melly und dann können wir uns ein Item leihen, das kriegen wir dann einmal ins Inventar, das ist hier diese Uhr und die können wir wiederum benutzen und die müssen wir, so wie ich das verstanden habe, hier auf diesen NPC benutzen. Jetzt schauen wir mal. Und dann haben wir dementsprechend hier diesen Blub und von diesem Blub können wir uns ein Item kaufen, was aber nur drei Sekunden lang im Inventar bleibt, heißt wir müssen schnell sein und dementsprechend müssen wir jetzt hier runter zu dem Wasserfall. Da müssten wir dann was anklicken können. Jetzt schauen wir mal. Ah. Ich habe es eingesetzt und kann dann hier das Ding anklicken. Okay, es ist unten. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob es oben oder unten ist. So, damit haben wir jetzt dementsprechend den Koko gespawnt. Also ich bin jetzt hier runter geflogen, habe das Ding geklickt, dann ist diese Uhr hier erschienen. Dann einmal auf die Uhr draufklicken und das spawnt den Koko. Ich hatte jetzt nur die Koordinaten und wusste jetzt nicht, ob es quasi oben am Wasserfall ist oder ob es dementsprechend hier unten ist. Gut, ich würde sagen, ich prügel den jetzt langsam mal um und dann schauen wir uns den Loot an. So, Udala, jetzt ist er kurz vorm Sterben. Da geht er down. Also als Tank kann man den ziemlich einfach alleine umhauen. Und ich denke mal, als DD mit Half-X Gear müsste es auch gehen, wenn ihr euch ein bisschen heilen könnt. Jetzt looten wir den einmal und ihr seht, da ist direkt das Toy drin. Anscheinend war das jetzt die ersten paar Wochen verpackt und wurde jetzt von Blizzard gefixt, dass das halt droppt. Also so wie es aussieht, ein 100% Drop. Nur er war halt ein bisschen verpackt gewesen. Genau. Mehr ist es nicht. Mir wurde jetzt gerade im Stream noch gesagt, das Item, was man da kauft, das muss man trinken. Das hat ja nur 30 Sekunden im Cooldown. Heißt, ich habe das jetzt halt erst getrunken, als ich hier war und konnte dann die Uhr anklicken. Also es war ein bisschen knapp. Wahrscheinlich könnt ihr es auch schon einen Ticken vorher trinken. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Toy einmal an. Und zwar, wie heißt das nochmal? Taschenuhr des Investigators. Ich hoffe, ihr habt den Witz verstanden wegen Alligator und Investigator. Aber ich glaube, das muss ich nicht erklären. Gut, was macht das? Dreht den Zeiger der Uhr. Okay. Jetzt. Ah, jetzt bin ich einfach so astral-golden. Sieht ganz cool aus. Ach, schau mal, meine Gestalten sind auch so. Uis. Jetzt bleibt sogar eine Stunde lang drauf, ne? Okay, ist ganz witzig tatsächlich. Für was hat das Abklingzeit? Gar keinen. Also das kannst du durchgehend draufhauen. Okay. Sonst Geizblizzard ja immer mit sowas. Wenn ich jetzt auf den Mount gehe. Okay, ich bleibe auch in dem Farbton. Okay, es packt zwar zwischendurch immer ein bisschen. Also gerade wurde ich wieder schwarz. Aber sonst, ja, eigentlich eine ganz coole Angelegenheit. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Toll-Guard. Also um es nochmal zusammenzufassen. Hier questen. Mit der Tuse oben quatschen. Ein Item quasi auf den Bartender einsetzen. Dann mit dem Bloop quatschen. Den, ja, dieses Getränk, was es anscheinend ist, kaufen. Dann runterfliegen. Getränk einsetzen. Auf die Uhr klicken. Rare töten. Und Toy looten. Gut, das war es mit dem kleinen Toll-Guard. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.